Kim Virginia Hartung teilt süßes Kuschelfoto mit 24 Tim Kim Virginia Hartung, 28, und 24 Tim, 23, hatten sich im Dschungelcamp kennengelernt. Nach der TV-Show feierten die Reality-TV-Bekanntheit und der Influencer-Karneval zusammen und kamen sich dabei näher. Seitdem lernen sie sich kennen und verbringen immer mal wieder Zeit miteinander. Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Beauty nun ein Foto der beiden. Kim und Tim sind im Kino, der Webstar legt seinen Arm um seine Liebste und schaut sie verliebt an. Dazu schreibt Kim, PS, ich vermisse dich. Tim gab vor wenigen Monaten zu, dass er und Kim auf eine Beziehung hinarbeiten. Wir sind in einer Kennenlernphase, aber nicht zusammen, antwortete der 23-Jährige auf die Frage eines Followers. Für eine Beziehung muss sehr viele stimmig sein, stellte die Netzbekanntheit klar. Das wollen die beiden in der kommenden Zeit herausfinden. Zu einem Kennenlernen gehören natürlich auch intime Momente. Nachdem seine Dschungel-Mitstreiterinnen Cora Schumacher, 47, und Sarah Kern, 55, neugierig gefragt hatten, ob er und Kim schon Sex hatten, plauderte er in einem Instagram-Livestream aus, ja, hatte ich. Zum damaligen Zeitpunkt sei es bei einer einmaligen Sache geblieben. Zum damaligen Zeitpunkt sei es bei einer Beziehung.